Der neue BMW X3 soll ein echtes Multitalent werden, das für Alltag, Freizeit und Reisen gleichermaßen geeignet ist. Mit seinem ausdrucksstarken Design dürfte er bald viele Blicke auf sich ziehen, denn die vierte Generation dieses Sports Activity Vehicle bringt eine frische Designsprache mit, die sich deutlich am großen XM-Modell orientiert. Sein Design verspricht Sportlichkeit. Dieser Eindruck wird von der markanten Frontpartie und scharf geschnittenen LED-Scheinwerfern unterstrichen. Im Innenraum setzt BMW auf großzügige Platzverhältnisse und moderne Features wie das BMW Curved Display. Das neue BMW iDrive System soll dafür sorgen, dass man alles im Griff hat. Von der Navigation bis zur Unterhaltung. Und wenn es um Fahrspaß geht, soll der X3 keine Wünsche offen lassen. Präzise abgestimmt soll er sowohl Sicherheit als auch Komfort auf langen Strecken bieten. Der neue BMW X3 wird in verschiedenen Varianten erhältlich sein, darunter auch ein Plug-in-Hybrid-Modell, das bis zu 90 Kilometer rein elektrisch fahren kann. Für diejenigen, die es noch sportlicher mögen, wird es ein M-Performance-Modell mit satten 398 PS geben. Hergestellt wird der neue BMW X3 in den USA und in Südafrika und soll Ende 2024 auf den Markt kommen. Das ist ein M-Performance-Modell.